Letzte Woche kam eine Patientin zu mir, 36 Jahre alt, und sie klagte darüber, immer wieder krank zu sein. Sie sagte, während des Jahres hat sie mindestens viermal eine Erkältung, einen grippalen Effekt. Sie klagt die ganze Zeit über eine Blasenentzündung, die immer wieder rezidiviert, das heißt immer wieder aufs Neue kommt. Und sie sagt, sie hat das Gefühl, dass ihr Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert. Und das ist ein Thema, das ich heute mit Ihnen etwas näher besprechen möchte, unser Immunsystem. Unser Immunsystem ist eines der komplexesten Systeme überhaupt. Und man ist früher immer davon ausgegangen, dass dieses Immunsystem autonom arbeitet. Das heißt, unabhängig von den anderen Organsystemen. Man weiß mittlerweile, dass das nicht so ist. Und daraus hat sich auch eine neue Disziplin entwickelt, die sogenannte Psychoneuroimmunologie, die das Verhältnis unserer Psyche, des Nervensystems und des Immunsystems beleuchtet. Das Immunsystem umfasst natürlich eine Fülle von unterschiedlichen Organen. Dazu gehört die Haut, die als Eintrittspforte, als mögliche Eintrittspforte für viele Krankheitskeime dienen kann. Dazu gehören die Schleimhäute, die Schleimhäute der Nase, im Rachen, aber auch die Schleimhäute der Geschlechtsorgane, der ableitenden Harnwege. Dazu gehören die Mandeln, die Lymphknoten, die Milz, das Knochenmark und vor allem unser Verdauungstrakt. Unser Verdauungstrakt beherbergt 70 Prozent unserer Immunfunktionen. Also 70 Prozent unseres Immunsystems arbeitet im Darm. Die Frage ist nun, was ist die Funktion des Immunsystems? Klar, das Immunsystem ist dafür verantwortlich, Krankheitskeime abzuwehren. Aber das Immunsystem übernimmt noch ganz andere Funktionen. Beispielsweise zu unterscheiden, was ist das Selbst und was ist das Nicht-Selbst? Was gehört zu uns, was gehört nicht zu uns? Also wenn beispielsweise eine Organtransplantation stattfindet, dann stößt der Körper ja das andere Gewebe ab. Und deswegen muss das Immunsystem bei Menschen, die transplantiert worden sind, unterdrückt werden. Also die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, das kann auch durcheinander geraten bei sogenannten Autoimmunerkrankungen. Wie beispielsweise, darunter leiden sehr, sehr viele Menschen, die Hashimoto-Tyroditis, das ist eine Autoimmunerkrankung unserer Schilddrüse. Also Unterscheidung selbst, Nicht-Selbst. Dann ist das Immunsystem natürlich verantwortlich für die Abwehr von Krankheitserregern. Dazu gehören Bakterien, dazu gehören Viren, dazu gehören Pilze, dazu gehören Parasiten. Das Immunsystem ist auch dafür verantwortlich, entartete Zellen zu eliminieren, die in unserem Körper natürlich auch fortlaufend entstehen. Während Sie mir hier jetzt zuhören und Ihr Herz schlägt, das macht es 100.000 Mal jeden Tag, muss man sich ja auch mal vergegenwärtigen, Sie atmen 25.000 Mal jeden Tag, der Gasaustausch in Ihren Lungen findet statt, produziert Ihr Körper ganz nebenbei 7 Millionen neue Zellen pro Sekunde. Das sind am Tag 600 Milliarden. Und diese 600 Milliarden Zellen müssen ja nicht nur gebildet werden, sondern es müssen ja entsprechend auch genauso viele Zellen dann wieder abgebaut und eliminiert werden. Also das Immunsystem ist dafür verantwortlich, Zellen, die entartet sind, in diesem unglaublichen Zellumsatz zu eliminieren. Das Immunsystem ist auch dafür verantwortlich, die Mikroorganismen, die Symbionten sind, in der Balance zu halten. Also die wir in unserem System beherbergen und die mit uns dafür sorgen, das System in der Balance zu halten. Also beispielsweise die Bakterien in unserem Magen-Darm-Trakt. Also Sie sehen, das Immunsystem hat unglaublich komplexe Aufgaben. Und damit es optimal funktioniert, ist es notwendig, aus ayurvedischer Sicht dafür zu sorgen, dass unser Ojas, unsere Vitalkraft, auf die wir immer wieder zu sprechen kommen, in einem guten Zustand ist. Das Immunsystem hängt von unserem Ojas, von unserer Vitalität, von unserer Lebensenergie, von unserer Strahlkraft, von unserer Power ab. Ojas ist der entscheidende Faktor. Das Immunsystem ist außerdem verantwortlich für die Beseitigung von Schadstoffen, natürlich auch für die Wundheilung. Und wir müssen uns überlegen, aufgrund welcher Faktoren das Immunsystem geschwächt wird. Und dazu gehören eine Fülle von Einflüssen, auf die wir mehr achten sollten in unserem täglichen Leben und Bezug auf unsere Gewohnheiten. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist Schlafmangel, Müdigkeit, Erschöpfung. Denn wenn wir uns müde fühlen, fühlen sich auch unsere Immunzellen müde. Und das bedeutet, dass die Zellen, die dafür verantwortlich sind, unseren ganzen Körper fortwährend zu überwachen, ob da nicht irgendwelche Erreger sind, irgendwelche Keime von außen, die permanent patrouillieren sozusagen durch unser System, dass die auch wachsam sind. Also die Wachheit, die wir selber empfinden, die empfindet oder empfindet nicht unser Immunsystem, unsere Immunzellen. Schlechtes Essen, schlechte Essgewohnheiten, zu schweres Essen, Essen zum falschen Zeitpunkt, das schwächt unser Immunsystem. Ein hoher Zuckerkonsum, darüber haben wir in einem Video über den Zucker gesprochen, schwächt unser Immunsystem. Zu viel Alkohol, Zigaretten schwächt unser Immunsystem. Genauso wie beispielsweise zu intensiver Sport, Leistungssport, hat einen schwächenden Effekt auf unser Immunsystem. Aber auch unsere mentale Verfassung hat einen großen Einfluss auf unser Immunsystem, wie die Psychoneuroimmunologie uns gelehrt hat. Beispielsweise Ärger, Wut, auch das Gefühl von Einsamkeit, Stress, Dauerstress ist ein großer unterdrückender Faktor für unser Immunsystem. Wenn wir also dafür sorgen wollen, dass unser Immunsystem gut funktioniert, sollten wir auf unsere Lebensgewohnheiten achten und darauf schauen, dass wir unser Ojas immer wieder aufbauen. Also Ojas, die Kraft, die die Dojas in der Balance halten. Denn balancierte Dojas sorgen dafür, dass das Immunsystem gut funktioniert. Und was können wir nun konkret tun? Ich möchte Ihnen dafür ein paar Tipps geben. Was können wir von außen unserem System zuführen, um das Immunsystem zu stärken? Dazu gehören Vitalstoffe, wie beispielsweise der Vitamin-B-Komplex. Darauf zu achten, ausreichend Vitamin B zu sich zu nehmen, insbesondere wenn man in einer starken Stressphase unter Dauerstress steht. Da spielt der Vitamin-B-Komplex eine wichtige Rolle, weil die B-Vitamine der Treibstoff unserer Nervenzellen sind. Zum anderen, diese Spurenelemente wie Zink und Selen sind wichtige Faktoren für das Immunsystem. Vitamin C, ein ganz entscheidendes Vitamin zur optimalen Funktion unseres Immunsystems. Dann Vitamin D. Vitamin D bekommen wir über das Licht. Aber die meisten Menschen leiden unter einem Vitamin-D-Mangel. Und Vitamin D stimuliert die Bildung unserer körpereigenen Antibiotika. Das sind die sogenannten antimikrobiellen Peptide. Wenn der Vitamin-D-Spiegel sinkt, dann werden diese antimikrobiellen Peptide nicht ausreichend gebildet. Und die gehören zu unserem unspezifischen Immunsystem. Achten Sie also darauf, regelmäßig, insbesondere im Herbst und im Winter, Vitamin D zu substituieren. Nehmen Sie ausreichend Vitamin D zu sich, 50 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Das bedeutet, ein Mensch, der 60 Kilogramm schwer ist, sollte am Tag etwa 3000 Einheiten an Vitamin D zu sich nehmen. Mittlerweile wird auch empfohlen, dass man während der Sommerzeit, insbesondere dann, wenn man ans Licht geht und sich aber immer mit einem Lichtschutzfaktor schützt, dass man dann Vitamin D auch substituiert. Wenn Sie im Sommer ans Licht gehen und nicht substituieren, dann sollten Sie etwa 20 Minuten am Tag ungeschützt 25% mindestens Ihre Körperfläche dem Licht aussetzen. Dann produzieren Sie ausreichend Vitamin D. Im Herbst und im Winter funktioniert das nicht, weil das Licht zu flach einfällt und Sie brauchen einen Einfallwinkel von mindestens 45 Grad, damit der UVB-Anteil des Lichts Vitamin D in der Haut produzieren kann. Also diese unterschiedlichen Vitamine spielen eine wichtige Rolle als Immunbooster für unser System. Als weiteres können wir viele Heilkräuter als Stimulantien für unser Immunsystem einsetzen. Dazu gehören beispielsweise Kurkuma, dazu gehört Ingwer, dazu gehört Thymian, dazu gehört Beifuß, dazu gehört Ashwagandha, dazu gehört Sanddorn. Das sind also eine Fülle von unterschiedlichen Heilkräutern, die wir einsetzen können, um unser Immunsystem zu boosten, die man auch in der ayurvedischen Medizin ganz regelmäßig als Phytotherapeutika zur Stärkung des Immunsystems einsetzt. Beispielsweise auch Süßholz, wenn Sie einen Süßholztee trinken oder Shatavari oder Ashwagandha, sind alles Heilpflanzen, die sehr gut sind, um das Immunsystem zu stärken. Nun, was können wir tun mithilfe unseres Verhaltens? Dazu gehört Sport. Sport im Übermaß unterdrückt das Immunsystem, aber Sport ausgewogen praktiziert, stärkt unser Immunsystem. Wichtig ist natürlich ausreichend Ruhe, ausreichend Schlaf. Denn wenn Sie ausgeruht sind, sind auch Ihre Immunzellen ausgeruht. Und das Immunsystem wird insbesondere gestärkt in der ersten Nachthälfte, also in der ersten Phase des Schlafs. Und deswegen sollten Sie nach Möglichkeit darauf achten, möglichst früh schlafen zu gehen und möglichst früh ins Bett zu gehen und vor allem ausreichend, gemessen an Ihrem Schlafbedürfnis, ausreichend zu schlafen. Als weiteres, was natürlich nicht nur das Vitamin D stärkt, an die Sonne zu gehen, ans Licht zu gehen. Weil Sie wissen alle, wenn man ans Licht geht, dann steigert das auch unser Wohlgefühl. Es steigert unsere Stimmung. Wir sind besser gelaunt. Und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Solche Faktoren, wie beispielsweise Mitgefühl, hat man in Studien festgestellt, steigert unsere Immunfunktionen. Gute Laune, Zuversicht, Optimismus, Das sind alles Faktoren, die einen stärkenden Effekt auf unser Immunsystem ausüben. Also achten Sie darauf, von allen unterschiedlichen Seiten Ihr Immunsystem zu stärken. Denn Ihr Immunsystem ist verantwortlich für Ihre Gesundheit. Und damit stärken Sie natürlich auch diese Qualität von Ojas, um die es in der ayurvedischen Medizin unentwegt geht, wenn wir über Gesundheit sprechen. Weil je mehr Ojas Sie haben, umso gesünder, umso leistungsfähiger, umso positiver, umso optimistischer, umso freudvoller Sie Ihr Leben angehen. Wenn Sie weiterhin Interesse haben an anderen Themen rund um die Gesundheit, rund um Ayurveda, dann würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren, den Daumen hoch. Und wenn Sie wissen möchten, was für ein Doja-Typ, welche Konstitution Sie haben, dann klicken Sie doch einfach auf den Link in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. ganz herzlich, Ihr Ulrich Bauhofer. Bleiben Sie gesund!